Arzt, Bäcker, Busfahrer oder Webdesigner. Diese Jobs kennen wir alle. Aber haben Sie schon mal von einem Alibi-Vermittler gehört? Oder wussten Sie, dass es Mastenverstecker gibt? Was macht man als Geldretter? Und wie fühlt es sich an, ein Blitzer zu sein? Wir zeigen Ihnen Menschen mit Berufen, die alles andere als gewöhnlich sind. Jetzt bei Galileo 360 Grad. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Galileo 360 Grad mit den ungewöhnlichsten Jobs. Kein Tag ohne eine kleine Lüge. Die beiläufige Frage, wie es einem geht, darauf sagen viele die Unwahrheit. Doch es gibt jemanden, der mit Lügen sein Geld verdient. Stefan Eiben ist Alibi-Vermittler. Er erfindet für seine Kunden Geschichten. Wer bucht solche Dienstleistungen? Und ist jedes Alibi wirklich wasserdicht? Crazy Jobs. Unser Platz 10 sorgt vielleicht für zwiegespaltene Meinungen. Stefan Eiben betreibt eine Alibi-Agentur. Er erschafft für Kunden Doppelleben, orangiert Lügendetektortests, schickt Schauspieler auf Konzerte, fälscht Arbeitsnachweise und beendet mit erfundenen Anrufen sogar Beziehungen. Wer seinen Beruf verheimlichen will, kann bei Stefan ein Doppelleben buchen, inklusive falscher Visitenkarten und Arbeitsnachweise. Wenn nötig, helfen auch ehemalige Kunden der Agentur für das Alibi aus. Am Telefon geben sie auf Nachfrage vor, dass eine Person bei ihnen angeblich angestellt ist. Stefan Eiben hat so ein ganzes Lügen-Netzwerk erschaffen. Aber ist es moralisch nicht verwerflich, Menschen beim Lügen zu helfen? Es ist moralisch verwerflich, diesen Menschen nicht zu helfen, ist meine Erfahrung. Wenn man das 20 Jahre macht und sich so viele Lebensgeschichten anhört, so viele Hintergründe, Personen am Telefon hat, die verzweifelt sind, die weinen, die zum Teil kein Wort rauskriegen, die wieder auflegen, wieder anrufen und die dann erzählen, worum es geht, dann war es am Anfang immer so, dass ich gar nicht Nein sagen konnte. Bei Alibi denkt man ja erst mal an Verbrecher. Mit denen hat Stefans Agentur aber nichts zu tun. Was sind das denn so für Menschen, die die Dienste in Anspruch nehmen? Wenn der 20-Jährige zum Beispiel sagt, ich wohne noch bei meinen Eltern, ich bin homosexuell und mein Vater würde sehr negativ darauf reagieren, der hätte da gar kein Verständnis für, ich will mich erst outen, wenn ich ausgezogen bin, ich will vorher mein Studium beendet haben. Stefan verschafft den Kunden Zeit, um aus einer verzwickten Situation rauszukommen. Und zwar so, dass sie ihr Gesicht dabei bewahren. Die Motive sind unterschiedlich. Mal soll eine schwere Krankheit geheim bleiben, da der Kunde sonst als schwach gelten würde. Andere brauchen Zeit für besondere Heiratsanträge oder die Familienstrukturen lassen nichts anderes zu. Wie bei diesem Vater. Ich habe große Probleme, an meinen Sohn heranzukommen und habe auch wenig Kontakt zu ihm. Seine Mutter schiebt mir dann großen Mitglied vor und ich wollte ihm zu seiner Lehre ein Geschenk machen, ohne dass meine Person ins Spiel kommt. Da habe ich dann Herrn Eigen gefunden. Der Plan war, dass meine Mutter ein Gewinnspiel ausfüllt, wo einem kreis das Auto ist und dass dann mein Sohn zukommen lässt. War es denn wert, dafür zu lügen? Lügen, die ja eigentlich schaden, können doch genauso gut nützlich sein. Der Sohn weiß bis heute nicht, von wem er das Auto tatsächlich erhalten hat. Der Auftrag ist somit erfüllt. Die Mitarbeiter der Bremer Agentur kümmern sich pro Jahr um rund 1500 Fälle im deutschsprachigen Raum. Nach mehr als 20 Jahren Berufserfahrung weiß Stefan Eiben, worauf es bei einem Alibi ankommt. Alles ist denkbar. 90 Euro kostet eine Postkarte aus einem von 200 Orten weltweit. Ein Doppelleben mit Schauspieler oder ein großes Event mit vielen Statisten kosten mehrere tausend Euro. Davon macht dieser Kunde, ein Eventmanager aus Norddeutschland, regelmäßig Gebrauch. Ja, wenn zum Beispiel ein junges Start-up-Unternehmen auf mich zukommt und fast flehentlich sagt, wir brauchen irgendein Event oder irgendeinen Rahmen, wo wirklich etwas Stimmung gemacht wird. Es kommen Investoren, es kommen verschiedene fremde Leute zusammen und so viele wie möglich. Und gerade auch im Rahmen der Pandemie ist es natürlich recht schwierig, da vier Leute für ein stimmungsvolles Event zusammen zu bekommen. Dann habe ich dann überlegt, dass ich natürlich dann auch da vielleicht ein bisschen nachhelfen kann. Wir finden das schwierig. Ist ja alles nur ausgedacht. Doch für viele Menschen ist Stefan Eiben ein echter Retter in der Not. Kundenanfragen, die ihn wirklich überraschen, gibt es kaum noch. Doch selbst einem Profi unterlaufen Fehler. Oder? Ist ein Alibi schon mal aufgeflogen? In den ganzen 20 Jahren ist noch nie ein Alibi geplatzt aufgrund dessen, was wir gemacht haben. Die Namen seiner Kunden sind streng geheim. Aber mit dabei sind Offiziere der Bundeswehr, Politiker und Promis. Vielen Menschen hilft er mit seinen Lügenkonstruktionen aus scheinbar ausweglosen Situationen. Der Alibi-Vermittler. Crazy Jobs. Auf Platz 9 einer, bei dem man auch gerne mal einen Mittelfinger kassiert. Andreas Rehbock ist Messbeamter, auch bekannt als Blitzer. Seit sechs Jahren arbeitet er für die Kreisverwaltung des Landkreises Harburg in Niedersachsen. Sein Job, Radarfallen aufbauen und Verkehrssünder überführen. Langeweile kommt da nicht auf. Schön am Job, vielseitig. Täglich was anderes. Absolut abwechslungsreich, mit Menschen zu tun. Aller Art. Mal aggressiv, mal ganz normal. Macht absolut Spaß. Hinter diesen Toren stehen die Fahrzeuge, die Autofahrer fürchten. Wir sind dabei, wenn Andreas Rehbock Jagd auf Verkehrssünder macht. Wenn es aus dem Kofferraum blitzt, gibt's Post. Ohne den prüfenden Blick des Beamten auf die Technik geht allerdings nix. Damit die ganzen Eichmarken und Siegel dürfen nicht kaputt sein oder gerissen sein. Heute ist alles in Ordnung. Nicht anders zu erwarten. Woran freuen Sie sich heute? Auf einen sonnigen schönen Tag mit Ihnen. Ich bin ein allgemein lebensfroher Mensch. Also der Tag, was das bringt, bringt es einfach. In Deutschland werden jährlich rund drei Millionen Geschwindigkeitsverstöße registriert. Davon gehen gut 2,3 Millionen auf Männer zurück. Die Verwarn- und Bußgelder sind für viele reine Schikane. Temposünder anhalten, belehren und Geld kassieren darf Andreas Rehbock als Messbeamter allerdings nicht. Das dürfen nur Polizisten. Die erste Messstelle des Tages ist eine vielbefahrene Landstraße. Besonders in den Morgenstunden erlaubt sind 70 kmh. Doch der ein oder andere tritt hier gerne nochmal aufs Gas. Doch in dem Abschnitt befindet sich eine Zufahrt aus der langsam fahrende Autos auf die Landstraße biegen. Die Fährungspotenzial ist da, darum wissen wir hier. So, Laptop und schon geht's los. Die Radargeräte kosten zwischen 65.000 und 250.000 Euro. Viel Geld. Trotzdem können immer mal wieder kleine Messfehler auftreten. Die Wachung ist jetzt scharf. Ab jetzt wird jeder Wagen gemessen und sofort dann registriert. Geblitzt wird aber nur, wer mehr als 78 kmh fährt. Eine Toleranzgrenze, die je nach Kommune variieren kann. Wer schneller fährt, muss zahlen. Jetzt haben wir gerade wieder einen Fall. 87. 87 kmh. Ihr wollt unbedingt mit. Tut mir leid, aber auch der hat zwei Schilder vorsichtig gehabt mit 70 kmh. Nach zwei Stunden und 22 Blitzerfotos ist die erste Messstelle erledigt. Eine Station hat Andreas noch auf dem Plan. Das Hobter Elbufer. Durch die günstigen Begebenheiten kann er hier direkt aus dem Auto blitzen. Höchstgeschwindigkeit 50 Stundenkilometer. Jetzt wird gemessen. Jeder, der möchte, darf mitkommen. Neben der ganzen Seriosität darf es aber auch mal ein bisschen lustig sein. Wir wollen wissen, was war das verrückteste Blitzerfoto, das Andreas je gesehen hat? Das würde ich sagen, war ein Porsche-Fahrer. Da habe ich ihn abends geblitzt in der Dunkelheit. Saß mit Daumen im Mund, wie man es früher von Babys kennt, in dem Sinne am Steuer. Und wurde natürlich dementsprechend gemessen. Das fand ich schon sehr, sehr amüsant. Da geht aber noch mehr. Ob mit Grimasse, nacktem Oberkörper oder Skelett als Beifahrer. Das Radargerät fängt die absurdesten Bilder ein. Auch Mittelfinger gehören dazu. Aber passiert das auch vor dem Beamten? Wurde Andreas schon mal beleidigt, bedroht oder bespuckt? Beleidigt, bespuckt, bedroht, muss ich in dem Fall sagen. Bespuckt auf jeden Fall nicht, definitiv nicht. Bedroht, ja. Und natürlich Mittelfinger zeigen, allen drum und dran, Götter zu. Moment mal, haben wir das im Hintergrund richtig gesehen? Mittelfinger zeigen, allen drum und dran, Götter zu. Die zweite Kamera zeigt deutlich. Während Andreas Rehbock über seine Anfeindungen spricht, gibt's für ihn und unser Team den ausgestreckten Mittelfinger eines Autofahrers. Blitzer sein ist auf jeden Fall ein Job, bei dem man damit rechnen muss, nicht beliebt zu sein. Aber der Messbeamte hat schon deutlich Schlimmeres erlebt. Insgesamt 34 Fotos hat er jetzt im Kasten. Für heute hat Andreas seinen Job geschafft. Crazy Jobs. Wir sind in Denver. Serienstars und Schauspieler begegnet man hier auf der Straße. Wladimir Putin, Donald Trump und Diktator Kim Jong-un treten gemeinsam auf. Was täuschend echt aussieht, sind Silikonmasken. Dahinter verbirgt sich der Macher Landon Meyer. Er gehört wohl zu den besten Maskenmachern der Welt. Die Frisur von Trump ist am anstrengendsten. Landon fertigt seit über 10 Jahren in seinem Haus in Denver realistische Silikonmasken an. In den USA wird seine Firma Hyperflash vor allem durch lebensechte Babyköpfe berühmt. Wöchentlich verkauft Landon Dutzende der Masken für 500 Dollar das Stück. Weil es unheimlich ist, wenn man einen Erwachsenen mit einem riesen Babykopf durch die Gegend laufen sieht. Ich mag es, die Realität zu verzerren. Mittlerweile hat sich der Künstler auf Masken von berühmten Persönlichkeiten spezialisiert. Diese werden in mühevoller Handarbeit von Landon selbst hergestellt. An dieser Kim Jong Unmaske arbeitet Landon bereits seit mehreren Tagen. Zuerst entwirft Landon das Gesicht am Computer. Nach etwa 60 Stunden entsteht so eine Gießform im 3D-Drucker. Danach füllt er Silikon in die Form, löst es heraus. Dann fängt das Feintuning an. Vor allem die Details sind für den realen Look wichtig. Landon näht einzelne Haare in die Braue. Fleckige Haut oder gelbe Zähne bildet der Künstler hochrealistisch mit Farben und Silikon nach. Er ist getrieben vom Perfektionismus. Ich habe überlegt zu expandieren, aber ich kann nicht mit Angestellten umgehen. Das ist das Problem. Ich bin ein Control-Freak. Rund 40 Arbeitsstunden investiert der Künstler in die Herstellung einer einzigen Maske. Das erklärt auch den stolzen Preis von 5000 Dollar pro Stück. Und trotzdem war es nicht immer leicht, von den Masken zu leben. Auch Landons Familie war anfangs recht skeptisch, als er nach dem Kunststudium plötzlich eine Art Maskenbildner wurde. Mein Vater wollte, dass ich etwas Vernünftiges studiere, sowas wie Ingenieur. Als ich Kunst studieren wollte, meinten die Eltern, sowas würden sie nicht zahlen. Aber ich wusste, meine Bestimmung ist die Kunst. Und so wird er konkurrenzlos zum besten Maskenmacher der Welt. Unsere Reporterin schnappt sich die Danny DeVito-Maske und hat erstmal Probleme, das Teil überhaupt aufzusetzen. Landon entscheidet sich für Heisenberg. Denn wir wollen sehen, wie die Masken auf der Straße ankommen. Überall, wo Heisenberg und Danny DeVito auftauchen, sorgen sie für Aufsehen. Die Leute sind, sagen wir mal, etwas irritiert. Süß, das habe ich heute gebraucht. Aber lassen sich die Leute von den überdimensionalen Köpfen denn auch täuschen? Ich dachte, es würden wirklich Stars reinkommen. Ich habe sie gesehen und dachte, hey, was geht ab? Ich finde die Masken großartig. Sehr gutes Kostüm. Surreal. Sehr echt. Die Masken stoßen überall auf Begeisterung. Und trotz allem überdenkt der Künstler seine Karriere momentan. Ich mache die Masken schon so lange und ich verdiene meine Brötchen damit, aber wie geht's weiter? Soll ich die Produktion in eine Fabrik verlagern? Ich bin gerade in dieser Übergangsphase, in der ich herausfinden muss, was ich wirklich machen will. Yeah, I'm kind of in that transitional period, where I'm really trying to figure out what the next step is. Landon nimmt übrigens auch Aufträge an. Sind wir gespannt auf den nächsten Karriere-Schritt vom besten Maskenmacher der Welt. Crazy Jobs. Washington, D.C. 9 Uhr morgens. Wir treffen den Concierge-Arzt Dr. Ernest Brown bei sich zu Hause. Auch wenn er noch seinen roten Morgenmantel trägt, arbeitet er eigentlich bereits. Dr. Brown ist ein sogenannter Concierge-Arzt. Sprich, er ist 24 Stunden am Tag für ihre Patienten erreichbar und einsatzbereit. Du weißt vorher nicht, wenn etwas passiert. Du kannst nicht sagen, ich werde zwischen 9 Uhr und 17 Uhr krank. Und noch etwas unterscheidet ihn von einem gewöhnlichen Arzt. Ich habe keine eigene Praxis. Die ganze Stadt ist meine Praxis. Ich bin viel freier, da ich nicht in ein Büro gehe. Denn ich finde, in einem Büro fühlt man sich wie eine Maus in einem Käfig. Ich bin aber keine Maus. Dr. Brown macht ausschließlich Hausbesuche. Das heißt, die Patienten kommen nicht zu ihm, sondern er fährt zu ihnen und behandelt sie direkt vor Ort. In seinen Augen ist das ein Riesenvorteil. Wenn du nur einmal einen Hausbesuch machst, bist du sofort süchtig. Wenn man in das Haus eines Patienten kommt, sieht man wirklich alles. Ich kenne die Welt meiner Patienten. Deshalb kann ich als Arzt mit nur einem Besuch mehr tun, als in einer Praxis in Jahren. Sein Versprechen, spätestens nach 30 Minuten ist er bei seinem Patienten zu Hause. Deshalb immer griffbereit, sein Telefon. Oh, hallo, tut mir leid, das von Ihrer Tochter zu hören. Wann wurde sie positiv getestet? Die Tochter eines Patienten hat sich mit Corona angesteckt. Dr. Brown soll nun die restliche Familie testen. Ein Termin für heute steht also schon mal. Mit dem schicken Sportwagen geht es zu den Hausbesuchen. Kostenlos ist das Rundum-Paket der Concierge-Ärzte natürlich nicht. Browns-Patienten zahlen Minimum 600 Dollar im Monat. Das ist aber nur der Basispreis. Die genauen Kosten richten sich danach, wie oft die Patienten den Arzt konsultieren und was genau sie brauchen. Manche zahlen monatlich 5000 Euro. Wer kann oder will sich das leisten? Unsere Patienten kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Ich würde sagen, wir haben eine Menge VIPs, die in die Stadt kommen. Das können Künstler, Musiker, Diplomaten, Prominente sein. Was auch immer sie brauchen, wir helfen ihnen. Aber wir haben auch Patienten, die in sozial schwächeren Gegenden leben. Seit Corona buchen auch immer mehr Normalverdienende die teuren Privatärzte. In Deutschland sind Hausbesuche von Ärzten bei Älteren oder Patienten, die nicht mobil sind, ganz normal und sogar eine Kassenleistung. In Amerika ist dieser Service nicht selbstverständlich. Nur noch wenige Ärzte bieten überhaupt Hausbesuche an. Für seine Patienten fährt Dr. Brown sogar persönlich in die Apotheke, holt Medikamente ab und liefert sie direkt bis an die Haustür. 13 Uhr, der nächste Termin. Jetzt geht's in eine sehr wohlhabende Gegend von Washington, D.C. Familie Font hatte sich am Morgen bei Dr. Brown gemeldet und ihn für Corona-Tests gebucht. Für die Anfahrt und vier Tests verlangt der Arzt stolze 1800 Dollar. Wer zuerst? Nase oder Mund? Nase. Dr. Brown bringt die Proben persönlich ins Labor. Alles ist Chefsache. Am nächsten Tag bekommt er die Ergebnisse. Aber der passionierte Arzt möchte auch Menschen helfen, die sich die teure Privatmedizin nicht leisten können. So wie India. Sie ist vermutlich Dr. Browns letzter Termin heute. Und eine von 30 Charity-Patienten, die der Conciergearzt kostenlos behandelt. So ein Antennenmast ist nicht gerade eine Augenweide. Aber es gibt jemanden, der uns vor diesem Anblick rettet. Anton ist, das ist kein Witz, professioneller Antennenverstecker. Tja, sowas gibt es. Crazy Jobs. Platz sechs führt uns in die Niederlande zu einem echten Meister seines Fachs. Hier im Kirchturm von Ferrault sind einige Antennen versteckt. Das ist der Job von diesem Mann. Anton Hermes ist professioneller Antennenverstecker. Und das ist wirklich eine Kunst für sich. Es wundert mich nicht, dass ihr die Antennen nicht sehen könnt. Die sind nämlich im Glockenturm versteckt. Hinter Tarn-Panelen. Tarn, was? Das sind doch einfach nur Kirchenfenster. Was er wohl damit meint? Hinterher rauf auf den Glockenturm. Tatsächlich stehen direkt an den Fenstern vier Sendemasten von unterschiedlichen niederländischen Mobilfunkanbietern. Das ist in den Niederlanden nichts Ungewöhnliches, erklärt Anton. Die ideale Höhe für eine Antenne ist zwischen 25 und 40 Metern. Man braucht also ein hohes Gebäude, etwa in dieser Höhe, um seine Antenne für ein optimales Signal zu platzieren. Und das sind gerade in ländlichen Gegenden eben die Kirchtürme. Die Mobilfunkanbieter kümmern sich um den Aufbau der Masten. Auch die Kirche hat etwas davon. Die Anbieter verhandeln mit den Gebäudebesitzern. In dem Fall mit der Kirche selbst. Sie mieten dann etwas Platz für mehrere Jahre in diesem Turm. Einen Stock tiefer sind Arbeiter gerade dabei, Paneele auszutauschen. Aber warum können die Alten denn nicht dranbleiben? Anton klärt uns auf. Das hier ist ein Original, gemacht aus Schindeln, Stahl und hinten ist es aus Holz. Dieses Material blockiert stark das Antennensignal. Was wir also gemacht haben ist, wir haben das Original genau vermessen und eine Kopie aus Fiberglas gemacht. Das lässt die Strahlen durch. Normale Baumaterialien blockieren die Signale der Sendemasten. Antons Aufgabe ist, Bauteile nachzubauen, hinter denen die Antennen stehen. Hier eben diese Paneele. Links das Original, rechts die Kopie. Antons Arbeiter müssen also alle störenden Elemente durch Replikate aus Fiberglas ersetzen. Sogar diese Metallgitter, die Vögel davon abhalten, im Kirchturm zu nisten, müssen ausgetauscht werden. Die Kunststoffteile müssen natürlich gut aussehen und dürfen das Mobilfunksignal nicht stören. Am Ende darf man der Kirche den Umbau nicht ansehen. Der dauert vier bis fünf Tage und kostet in diesem Beispiel um die 15.000 Euro. Anton arbeitet aber nicht nur in Kirchen. Täglich fahren die Niederländer an seinen Werken vorbei, ohne es zu merken. In mehreren solcher Werbemasten hat er Antennen versteckt, unter einem Zylinder, der über die Antennen gestülpt wird. Hier sind drei Sender hinter unserem Standardzylinder. Die Form ist sehr stabil, sowie sehr einfach auf- und abzubauen. Und er hat natürlich dieselbe Form wie der Werbemast. Gute Tarnung ist wichtig. So versteckt Anton auch Antennen auf Dächern und tarnt sie als Fahrstuhlschacht oder Stromkasten. An manchen Kirchen muss der sogar ganze Fenster nachbauen. Ein echt verrückter und ziemlich cooler Job. Crazy Jobs. Platz 5. Flughafen München. 7 Uhr morgens. Wir treffen den Unternehmensberater Roland Mönnickes. Er ist seit 4 Uhr auf den Beinen. Sein Job? Er kündigt Menschen, wenn große Firmen wirtschaftlich in Bedrängnis kommen. Andere kündigen und damit Geld verdienen? Ich habe ja nicht das Gefühl, dass ich Kündigungsprofi bin, sondern dass ich Profi darin bin, Arbeitsplätze zu erhalten. Kündigen, um anderen zu helfen. Redet er sich seine Aufgabe schön? Wir fahren mit Roland Mönnickes zu seinem Münchner Firmensitz. Er ist Geschäftsführer und Seniorpartner. Das Geschäftsmodell seiner Firma? Große Unternehmen in Schieflage retten. Wird da nicht schnell gehandelt, droht meist die Insolvenz. Das heißt auch, Mitarbeiter müssen entlassen werden. Und oft verlieren viele Menschen am Ende ihren Job. Ein Restrukturierungsfall ist immer ein Unfall. Keiner hat das gewollt. Kein Mitarbeiter, kein Vorstand. Es sind Unfälle, die repariert werden müssen. Man kann die Umsetzung, die Gewinne steigern. Das dauert aber länger. Man kann Sachkosten senken. Das dauert auch. Relativ lange Mitarbeiter zu entlassen ist das schnellste Mittel. Aber eben auch das letzte Mittel, immer die Ultima Ratio, ganz klar. Ihm ist wichtig, dass wir wissen, Entlassungen sind nur der Abschluss nach einer Reihe von langwierigen Verhandlungen. Lange bevor klar ist, wie viele Stellen abgebaut werden, stehen Sitzungsmarathons an. Zum Beispiel mit Betriebsräten. Oft geht es bis 4 Uhr morgens. Kennt man eigentlich jeden persönlich, der dann seinen Job verliert? Es gibt Projekte, da geht es um Kündigungszahlen, um die 500. Da kann man nicht jeden Einzelnen persönlich kennen. Man kennt aber viele. So ein Projekt dauert 5, 6, 7 Monate. In der Zeit lernt man eben viele kennen. Man weiß auch, wer am Ende des Tages geht. Beziehungsweise kennt Menschen, die am Ende des Tages ihren Arbeitsplatz verlieren. Und wie reagieren die Menschen dann auf ihre Kündigung? Das Einzige, was man tun kann, ist wirklich professionell zu bleiben, ruhig zu bleiben und zu versuchen, so deeskalativ wie möglich zu bleiben. Damit trennen sich ihre Wege und die Wege der Organisation leider zu mit dem Sinn zu halten. Tut mir leid. Man kann etwas, was nicht schön ist, nicht schön verkaufen. Man kann es schon professionell machen. Das ist eine schwierige Situation und das lernt man auch nie so richtig. Da geht die Aufregung nie weg. Man hat eine Grundangespanntheit, die man vergleichen kann mit einem Schluss machen, mit dem Beenden einer Beziehung. Das ist schon so. Lange Verhandlungen und schwere Entscheidungen also. Denn Entlassungen sollen ja möglichst vermieden werden. Am nächsten Morgen treffen wir den Rheinländer wieder. Diesmal in Köln. Auch hier sitzt eine Firma, die er berät. Wir wollen wissen, macht der Job Spaß? Ja, er macht mir Spaß, weil ich nicht die Existenzen anderer bedrohe, sondern eigentlich die Existenzen anderer beschütze. Es ist hier und da eben erforderlich, dass Mitarbeiter gekündigt werden müssen, damit ein Unternehmen weiter existieren kann und damit andere Mitarbeiter wiederum ihre Arbeitsplätze behalten. Zu seinem Kunden dürfen wir ihn nicht begleiten. Betriebsgeheimnis. Roland Mönnekes hat bei Kündigungen schon einiges erlebt. Verrät er uns jetzt, wie die Entlassenen reagieren? Also das fängt an mit in Tränen ausbrechen, bis hin zu einer extremen Stille und einer Schwere, die im Raum liegt. Und teilweise wird man auch sofort das Gespräch verwickelt, um schlicht und ergreifend für sich diesen Konflikt gefühlt ein bisschen aufzulösen und das Gegenüber in die Situation einzubeziehen. Das sind so die drei unterschiedlichen Reaktionsmöglichkeiten. Ja, weinen finde ich schon schlimm. Also das geht einem ja dann auch persönlich am nächsten. Dann nimmt man die Person auch schon mal in den Arm. Oder das wird dann auch gewünscht, dass man die Person in den Arm, das mache ich dann auch. Und ja, das geht mir dann persönlich auch mal am nächsten. 700 Kündigungen in einem Monat. Das war sein Rekord. Auch an Roland Mönnekes geht das nicht spurlos vorüber. Dennoch, mit Kündigungen verdient er sein Geld. Crazy Jobs. Auf Platz 4 begleiten wir Hans Paul. Der bekannteste Paparazzo Deutschlands, zumindest laut diverser Zeitungen. Sein heutiges Ziel, Jürgen. Der angeblich neue Freund von Jenny Elvers. Hans will heute ein Beweisfoto schießen. Um Punkt 14 Uhr geht's los. Da soll Jürgen das Haus verlassen. Woher weiß Hans das? Über 80% aller Geschichten in die Illustrierte sind abgesprochen. Das Ziel, Hauptsache in die Illustrierte kommen. Ob diese Geschichte auch abgesprochen ist, will er uns noch nicht sagen. Hans Paul rüstet sich mit Kamera und Mini-Moped für eine Verfolgungsjagd. Und die soll jeden Moment beginnen. Es geht los. Hans Paul passt die beiden direkt an der Ausfahrt ab. So richtig eilig scheint es sein Opfer aber nicht zu haben. Um die Chance auf das perfekte Bild zu erhöhen, muss Paparazzo Paul immer gleich mehrere Fotos machen. Deshalb hält er immer wieder die Kamera auf den Wagen. Aber der Promi schleicht auffällig langsam im wirren Zickzackkurs durch die Siedlung. Das soll eine Verfolgungsjagd sein? Da kommt uns entgegen. Der Porsche-Fahrer hat extra noch einmal gewendet. Hier ist doch alles abgesprochen. Das wollen wir von Hans Paul persönlich hören. Sagst du uns jetzt schon, ob die Geschichte abgesprochen ist gerade? Abgesprochen? Mann, raub mir doch nicht meine letzten Träume. Und wer wartet gleich ums Eck, brav auf das nächste Foto? Ein Schmierentheater par excellence. Je unbekannte der Promi, desto wahrscheinlicher sind Absprachen. Jetzt soll Hans Paul ganz zufällig vor einem Café auf Jürgen und seine angebliche Freundin warten. Die beiden möchten berühmt werden und Hans Paul liefert die Bilder. Eine Hand wäscht die andere. Doch so fähig wie sein Auftrag, so echt können seine Probleme dabei sein. Weil ich jemanden fotografiert habe. Aha. Aha. Und warum? Warum nicht? Für die Presse. Habe ich Sie denn fotografiert? Ja. Nein, habe ich nicht. Haben Sie. Ich habe da drinnen gesessen und Sie haben voll da draufgezogen. So, und jetzt rufen Sie die Polizei. Wollen Sie tatsächlich die Polizei rufen? Na, dann verschwinde ich mal schnell. Polizei, drohende Passanten, all das ist keine Seltenheit für Paparazzi. Aber die Beute ist bereits gesichert. Aber Hans Paul hat nicht nur abgesprochene Aufträge. Am Abend wartet ein echter Einsatz in Hannover. Hier soll Bettina Wulff auf einer Karnevalsfeier erscheinen. Das große Foto wäre natürlich, wenn Sie mit Ihrem Ehemann kommt, da würden die illustrierten Doppelseiten tropfen. Für ein gutes Foto muss man aber auch mal ein paar Stunden warten. Und manchmal kriegt man gar kein Bild. Kein einfacher Job. Hans telefoniert rum. Wartet lange. Versucht aus dem Security was rauszukriegen, aber nichts. Von den Wulffs keine Spur. Enttäuscht wegen heute Abend? Nein, sowas passiert bei uns jeden Tag. Depressive Menschen sind fehlend in unserem Job. Das passiert jeden Tag, manchmal wochenlang. Und plötzlich schießt man das große Foto. Ganz unerwartet. Meistens ist es Zufall. Und wie Hans Paul dem Zufall auf die Sprünge hilft, haben wir bereits gesehen. Jetzt ist es an der Zeit, die Bilder von Jenny und Jürgen auszuwerten. Beides von vorne, genau hier, pass auf, genau da nehmen wir das Beste raus, okay? Ja, guck mal wie sie lacht. Das kannst du löschen, wo beide sind. Oh, hier, da gucken wir, vielleicht ein Kussfoto kriegen wir da nicht, oder? Ne. Spüren wir da wahre Leidenschaft? Aber ich brauch nur Umarmung, ich brauch einen Kuss, ich brauch irgendetwas. Mach mal weiter. Aber mal im Ernst, ist dir deine Zeit nicht zu schade für Z-Promis? Ist doch egal, ist ja nichts zu tun. Ich kriege hier unser Heiligtum in Burgwedel, die Bettina Wolf nicht. Also mach ich so eine Geschichte. Und das ist auch nachher irgendwo ein Trophäe, wenn ich diese Fotos in der Illus sehe. Was soll's denn? Verkaufen, anbieten. Irgendjemand kauft den Schrott. Am Ende geht es eben um die Kohle. Wenn Frank und Jules bei der Arbeit sind, dann bedeutet das meistens Puzzeln. Und damit werden sie für den ein oder anderen Deutschen zum echten Helden. Denn die beiden sind Geldretter bei der Bundesbank in Mainz. Crazy Jobs. Wenn Banknoten bis zur Unkenntlichkeit zerstört sind, können nur noch die Spezialisten der Bundesbank helfen. Die knifflige Aufgabe hierbei, das Geld wieder so zusammenzupuzzeln, dass es ersetzt werden kann. Frank Herzog und Jules Erhardt kümmern sich gerade um diesen Aschehaufen einer Bäckerei. Die Banknoten in Mikrowelle kurzfristig verstaut. Es wurde übersehen, dass mit dem Schließen der Tür die Mikrowelle in Betrieb ging, aufgrund einer vorherigen Einstellung. Die Mikrowelle ist als Geldversteck beliebt. Am Anfang war ich sehr verwundert. Mittlerweile durch die Häufigkeit, gerade durch die Mikrowelle, beschädigtes Geld, was hier eingeht, ist man nicht mehr verwundert. Also ich kann mir nur vorstellen, dass sie recht hoch steht. Man benutzt das irgendwie als Versteck oder legt das mal ab, damit sich jeder sieht. Und wenn es eben oben steht, dann sehe ich nicht, wenn ich die öffne, dass schon was drin liegt. Die Geldretter müssen immer zu zweit im Raum sein. Eine allein mit dem Geld, ein No-Go. Akribisch versuchen die beiden, möglichst viele Geldscheine wieder so zusammenzupuzzeln, dass der Schein insgesamt mehr als 50 Prozent hat. Denn nur ab 51 Prozent wird er ersetzt. Ein geschultes Auge und das fotografische Gedächtnis sind dabei unerlässlich. Bestimmt habe ich als Kind gerne gepuzzelt. Meine Kinder sind noch recht jung. Und da liegt das Puzzeln auch noch nicht so lange zurück. Jeder, der zerstörtes Geld hat, darf dieses zu den Geldrettern nach Mainz schicken. Dafür muss ein Antrag ausgefüllt werden, bei dem man beschreiben muss, wie das Geld ruiniert wurde. Ich hatte mal einen Fall, da konnten wir hier im Labor kleine Metallperlen auf den eingereichten Noten feststellen. Angeblich waren das Wunderkerzen, was mich auch gewundert hat, weil unter dem Weihnachtsbaum fangen ja die Pakete nicht an zu brennen, wegen Wunderkerzen. Und da hat sich schon herausgestellt, dass das eine heiße Arbeit war. Also wurde irgendwo ein Tresor aufgeschweißt und das hat man natürlich direkt weitergegeben. Ja, dieser Verbrechensfall wurde dann auch an die zuständige Polizei übergeben. Fast eine Million zerstörte Scheine werden bei der Bundesbank jedes Jahr eingereicht. Über 80 Prozent der Fälle kommen aus Privathaushalten. Solange das Geld nicht mutwillig zerstört wurde, werden die Scheine ersetzt. Vor allem, wenn es ums Heiraten und das eigentlich nette Beschenken geht, kann es zu skurrilen Unfällen mit Geld kommen. Ja, also Hochzeitsgeschenke, da konnten die Leute auf die Dolce-Ideen. Da hatten wir zum Teil schon Banknoten, die eingerollt waren, in den Baumstamm eingebracht, irgendwie der Sporen. Geld, das einbetoniert wurde, einlaminiertes Geld, was eine ganz schlechte Idee ist. Weil man sollte wissen, wenn man Banknoten einlaminiert in die Laminatfolie, die verbindet sich regelrecht mit der Oberflächenstruktur der Banknoten. Das heißt, wenn ich die herauslesen möchte, dann zerreiße ich die Note in der Mitte. Die Bäckerei hat angegeben, hier seien 1130 Euro in der Mikrowelle verbrannt. Ob diese Summe stimmt oder höher oder niedriger ist, das wird das fertige Gutachten zeigen. In jedem Fall wird sich der Einreicher aber freuen, dass die Jungs von der Bundesbank wirklich alles geben, dass möglichst viel Geld ersetzt werden kann. Geldretter. Ein echt ungewöhnlicher Beruf. Das wird auch schon mal eben nicht getragen, dass dieses Arscheteil... Crazy Jobs. Platz zwei führt uns nach Brandenburg. Ein Hotspot für alte Bomben und Granaten. 1945 war hier das Schlachtfeld für den Endkampf ums Dritte Reich. Dieser Braunkohletagebau wird daher nach Blindgängern abgesucht, bevor der Bagger buddelt. Und er soll die Munition entschärfen. Enrico Schnick. Jetzt zeigt mir mal das andere Ei. Das Ei hat der Suchtrupp nur wenige Meter weiter in einem Sandhügel in vier Metern Tiefe gefunden. Das ist eine deutsche 50-Kilo-Bombe. Bezündert. Nicht transportfähig. Das heißt, wir müssten sie jetzt sprengen oder entschärfen. In dem Fall sprengen wir sie. Weil bei uns ist eigentlich der Grundsatz, sprengen geht vor entschärfen. Weil entschärfen und sprengen, also entschärfen wäre die für uns gefährliche Variante. Und hier gibt es keinen Grund, warum wir die hier nicht sprengen können. Anders sieht es aus, wenn wir die jetzt in der Stadt. Jetzt geht's los. Hier wird das erste Sprengsignal. Ab jetzt dürfen sich nur noch die Männer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bei der Bombe aufhalten. Sie behalten die Fliegerbombe zur Sprengung vor. Aus 500 Metern Entfernung wollen sie dann die Ladung zünden. Wir sind ja hier im Tagebau. Hier ist Kohle, hier ist ein Kohleflötz. Und wenn das anfängt zu brennen, dann haben wir hier ein richtiges Problem, weil das geht verdammt schwer gelöscht. Ich zähle runter. Drei, zwei, eins, Zündung. Sehr gut. Ich habe auch kein Splitter fliegen gehört, also zufrieden, ja. Hat alles geklappt. Doch plötzlich wird es hektisch. Das Team entdeckt ein Feuer. Hat sich doch das Kohlenfölz entzündet? Schnick fährt schnell zur Explosionsstelle. Gleich dahinter die Feuerwehr. Ja, jetzt ist das passiert, was ich gesagt habe. Jetzt hat ein heißer Splitter gereicht. Der ist jetzt hier aufs Gras getroffen und hat das Gras entzündet. Die Feuerwehr hat den Brand schnell unter Kontrolle, sodass die Männer die Bombensplitter einsammeln können. Ein Glück, denn Bombenenschärfer Enrico ist im Stress. Der Sprengmeister steht ständig unter Zeitdruck. Auf ihn wartet schon der nächste Einsatz. Im Zuge der Vorbereitung für unser diesjähriges Abenteuercamp haben wir bei Grabungsarbeiten was gefunden, was nach Munitionsschrott aussieht. Also es liegt schon wahrscheinlich länger dort. Ja, ja, ja. Vielleicht könnten wir uns das mal anschauen können. Machen wir, na klar. Das ist eine Gewehrgranate. Können wir mitnehmen in dem Fall. Wäre der Zünder dran gewesen, hätten wir sie sprengen müssen. Hier werden wir nochmal absuchen, gerade wenn hier Kinder sind und ihr was mit Kindern macht. Da geht die Sicherheit vor. Da suchen wir jetzt nochmal ab. Trotz guter Ausbildung und hoher Sicherheitsvorkehrungen, Enricos Job ist gefährlich. In den letzten 20 Jahren bezahlten elf Sprengmeister ihren Beruf mit dem Leben. Heute geht alles glatt. Aber hat man bei so einem Job nicht ständig Angst, dass was passiert? Ja, na klar hat man Angst, dass irgendwann mal was schief geht. Ja, das hat man schon, wenn man ehrlich ist, klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt mit Angst an jeden Munitionskörper rangehen. Dafür sind wir gut ausgebildet. Wenn sowas in den Nachrichten kommt, das bewegt einen schon. Gerade weil man die Leute kennt. Also das nimmt einen dann schon mit. Das ist klar. Enrico, ein Mann mit einer großen inneren Gelassenheit. Und so muss man in diesem Job auch sein. Wilde Draufgänger auf der Suche nach dem nächsten Nervenkitzel wie in Hollywood sind hier am falschen Platz. Crazy Jobs Wenn Worte zu Waffen und Texte zu Tatorten werden, dann kommen sie ins Spiel. Ex-Geheimagent Leo Martin und Sprachprofiler Patrick Rottler. Ob Internethetze gegen Politiker, WhatsApp-Nachrichten eines Stalkers oder Machtkämpfe in Chefetagen. Sie werden angefordert, wenn jemand anonym angegriffen, bedroht oder erpresst wird. Ihre Aufgabe, die Täter anhand von Sprachmustern zu überführen. Das geht von der einfachen Wortwahl hinein in die Grammatik, aber bis tief hinein auch in die Persönlichkeit oder in die Sprachpsychologie hinein. Ganze Persönlichkeitsprofile können die beiden Sprachanalysten vom Institut für Forensische Textanalyse in München nur anhand von Schriftstücken erstellen. Denn nicht nur Erpresserschreiben oder Drohbriefe, sondern auch unsere Texte verraten mehr über uns, als wir denken. Sprache verrät eigentlich viel mehr als dieser Fingerabdruck, weil Sprache auch Aussage zulässt über unsere Herkunft, über die Region, in der wir aufgewachsen sind. Sind wir aus Süddeutschland? Kommen wir aus Norddeutschland? Beispielsweise. Welcher Alter haben wir? Leo hat früher als Agent für den Deutschen Geheimdienst gearbeitet. Patrick hat Kommunikationswissenschaften studiert. Ob Gestaltung, Grammatik, Rechtschreibung oder auch nur die Wahl der Grußformel. Die Texte, die sie untersuchen, lesen sie bis zu 40 Mal durch. Konzentrieren sich dabei jedes Mal auf ein anderes Merkmal. Je mehr Text, desto besser für die Analyse. Nur ein Indiz alleine genügt nicht. Denn... Wenn wir schauen, ob wir eine Systematik herausarbeiten können, entscheidest du dich für stets oder lieber für die Formulierung immer. Sagst du wieso, weshalb oder weswegen. Und so tasten wir uns langsam Stück für Stück an Formulierungen, an Konstruktionen ran, die typisch sind für den anonymen Täter. Immer wieder kommt es vor, dass Täter versuchen, sich zu verstellen. Auffällig beim heutigen Text. Sobald es um die Forderungen geht, wird das Deutsch besser. Das ist für einen Sprachprofiler wie eine rote Fahne, mit der jemand wild schwenkt. Da ist ein Verstellungsversuch. So einfach, wie man auf den ersten Blick vermuten mag, ist das Vortäuschen einer anderen Identität schriftlich nicht. Wir haben einen ganz großen Vorteil. Der Täter kann sich nur in eine Richtung verstellen. Der kann sich schon mal nicht schlauer machen, als er ist. Am Ende bleibt immer genug übrig, um eine Aussage treffen zu können. Sätze, Wörter, sogar jeder Buchstabe kann verräterisch sein. Und auch banale WhatsApp-Nachrichten oder Social-Media-Posts verraten unfreiwillig einiges. Mit dem, was wir kommunizieren, zeigen wir auch, mit was wir uns beschäftigen. Wir kommunizieren damit unsere Haltung, ob uns das bewusst ist oder nicht. Damit verraten wir natürlich auch unsere Motivlage. Warum schreiben wir einen Hasskommentar? Was treibt uns an, das zu tun? Ist es der Narzissmus, der uns treibt? Ist es das Ego, das angegriffen ist? Und da kann sogar ein Emoji, beziehungsweise die Kombination von verschiedenen Emojis, am Ende eine Aussagekraft haben. Für eine genauere und abschließende Beurteilung des Falles würden die Experten einen Muttersprachler hinzuziehen. Leo und Patrick liefern wichtige Hinweise auch für die Polizei. Nach ihren Ermittlungen wird gemeinsam mit den Auftraggebern entschieden, ob die Täter konfrontiert oder die Staatsanwaltschaft informiert und ein Verfahren angestrebt wird. Seit 2018 beschäftigen sich die beiden Sprachprofiler beruflich mit forensischer Linguistik. Im Schnitt haben sie zwei Einsätze pro Woche. Können sie da überhaupt abschalten? Natürlich kann man nicht anders als auch im Alltag irgendwie zu analysieren, durch die Welt zu gehen. Das machen wir natürlich auch mit unseren Freunden. Aber ich persönlich versuche da nicht, der Deutschlehrer zu sein und die zu korrigieren. Bisher konnten Patrick Rottler und Leo Martin schon 90 Prozent ihrer Fälle lösen oder den entscheidenden Hinweis zur Überführung der Täter liefern. Das machen wir natürlich auch mit unseren Fällen.